Du kannst ja deine Steuerung umstellen. Ne, will ich nicht. Lieber dann in allen Spielen Probleme haben, ja? Ne, lieber mein Gedächtnis fit halten mit sowas. Und gelöscht. Auch wenn es voll das dumme Gedächtnis ist, ist es überhaupt so etwas. Einversichert, smarter Gedanken. Ah, ich hab doch gar keine Waffe, ey, was soll denn das, ey? Koldus, 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 Fake News. Koldus, Aua, ciao, Junge. Ah, ich häng' fest. Scheiße, Scheiße, oh, Himbeer-Toni, oh, Mann. Marco, hör jetzt auf, auf mich zu schießen, sonst... Scheiße. Okay. Sonst töte ich dich, oder was war das? Sozial! Was war jetzt los? Das ging schnell. Ich war gerade sehr schnell. Nicht gecheckt. Denk mir so, ich hab'n easy Target, voll gesöhnte Körper, stehen ja vier Leute. Ja? Ist halt so geil, wenn man tausend Kugeln schlucken kann und trotzdem lebt. Ja, so wie mich denn, ähm. Ja, ähm, warum hast du mich getötet, Sarah? Ich hab' nicht getötet. Doch, ich bin gestorben durch dich. Ja, mich auch. Mich hat sie auch getötet. Was? Mich auch. Mich hast du auch getötet. Mich auch. Bei mir ist das sogar die Wahrheit. Hm. Mh. Zwar nach... Nach... Ende der Runde, aber... Getötet. Ich hab' ihm einen Stuhl gegen den Kopf geworfen, jetzt. Ja, das hab' ich gar nicht. Das hat mir getan. Aua. Aua. Oh, Vorsicht. Boah, ganz gut. Ich wollte ja eigentlich selbst, aber ich war zu dumm, weiter weg zu gehen. Ich war zu nah dran. Ja, aber das ist selbst schuld. Ui. Was, willst du jetzt hier die Tür zumachen? Und einsperren? Oh ja. So, und jetzt soll ich... Was soll ich jetzt eigentlich noch dazu kommen? Schwein. Achso. Es dauert ein bisschen dann, ja? Ne, der kommt dann. Achso, doch nicht. Der hat abgesagt. Gerade noch so rechtzeitig. Da, die bleibe ich mal auf den Fersen, da. Aber nicht so schnell, hier ist nur 30. Du wirst irgendwo nervös. Oh. Ich find' immer nervös, wenn du in meiner Nähe bist. Sag' das nicht so laut. Magus, da. Boah, hier, was ich ab... Watt. Mob. 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 City live. Da haben wir einen weg. Hör doch mal auf zu lügen. Da sind zwei Tote. Wo ist der? Ich hoffe, ich hab jetzt den falschen gekriegt. Ich hab die Rona meins. Oh shit, shit, shit. Was ist jetzt los? ich komme dann die leichen mann wo sind die action hier marco mach was kontrolliert und hast du punkte raus wohl okay mob city lass mich gehen oh shit kubus kolumbus ich bleibe marco warte auf mich sara folgt uns auch was machst du nein der marco läuft so komisch ich hab doch gesagt ich werde gesteuert was soll oh ungünstig bin nur marco im dunkeln alleine ich muss über irgend so was laufen das irgendwo zufällig auf dem wo die woher gekauft hat vor gekauft hat ach du scheiße seht ihr das auch wenn ihr mir das verraten wo das ist weiß ich kann was zur hölle was ist dieses bild man kann sich echt kaum bewegen wo hast du es gekauft mob city wo hast du es gekauft wo man es nicht so sieht welcher letzten ecke hier unten war ich schon da will ich nicht mehr lang nicht dass du wieder eingesperrt wirst was auf ey Jakob du hast ihm keine rollen erklärt oder so bodyguard survivalist okay survivalist ist ein inno mit einem shop und der bodyguard da musst du oben auf das in der mitte kommt ja jetzt wenn die runde beginnt kommt ja die farbe wenn du wenn es grün ist bist du inno und so weiter und wenn du bodyguard bist dann musst du jemanden mit deinem leben beschützen oder halt beschützen und oben jetzt jetzt ist ja bei dir bist du zufällig daten nein du bist wahrscheinlich grün oben links also oben mittig auf der linken seite halt genau und wenn du bodyguard bist dann musst du gucken ob du zu den guten oder zu den bösen gehörst okay und als survivalist bist du ein guter mit einem shop du hast einfach ein item shop wo du sachen kaufen kannst ist alles ein bisschen viel ich weiß was ist denn du hast ein prop disguyser wenn ich dings bin bin ich wenn ich böse bin bin ich rot oder was genau oder hellblau oder lila wo sind die traitor schakal ist hellblau und lila ist infekte da machst du alle die du tötest werden zombies und helfen dir das ist eine ganz coole sache eigentlich oder töten dich je nachdem oder töten dich je nachdem ob du da nervigst und wie schnell der da anders versteht die sagen hat glaube ich kai gesagt nein hier oben woom zombies zombies ja er hat zombies mob city hat schildkröte fallen lassen ja lügt er nicht tschau junge auu eine farmers ja es ist ein start spawn start spawn hä? die sind mehrere spawns aber okay easy kai was hattest du da in der hand ich bin holstert was? äh nichts in der hand äh davon hast du grad geschossen du gleich schwein nein das ist über uns gewesen glaube ich ah ok warum solltest du mit nichts in der hand rumlaufen warum doch also ich hab hier keine what the fuck keine liebe oh da liegen leichen ok koldos ich schieße auf zombies nein nein der hat den zombie gekillt ich hab nur die tue aufgemacht und tote gesehen ich hab gar nichts gemacht der ist auf umgefallen ja dann dann hat jemand den zombie macher gekillt oh kai ist es kai ist es da haut er ab da haut er ab stürmen stürmen die bude ist er oben oder unten anscheinend ist er abgehauen oh er ist hinter uns er hat sich verwandelt gehabt ist er wieder ich schieße einfach mal jedes möbelstück an pass auf nicht da durch das ist ne falle na gut dann halt voll durch ich hab dir gesagt nicht durch stehen nur noch wir zwei kai ja warum bist du denn schon beim ersten gestorben man ich hab gar nicht schüsse gehört ich hab nach dir gesucht aber hab dann nicht gefunden also kommen random von oben Steine untergerollt aber ich hab dich ja vorher gekillt es waren ja nicht die steine die dich getötet haben du kannst da so ein bisschen hoch springen an der seite an diesen felsen da kannst du theoretisch bis aufs dach hoch ich muss glaube ich mal weg weil ich muss meine schwester vom bahnhof holen der zog kommt nett und ich muss sie dann fahren du hast ne schwester er war später deswegen versuche ich einfach irgendwann so in der stolle wieder hier zu sein dann ich bin die wand dankeschön bitte bis dann ciao junge die bällchen die können die einen auslocken die sind ganz cool was was schießt du ich dachte du wolltest ich fühl nicht ok der traitor ist jetzt allein das ist natürlich bitter ja dann schießen wir einfach erstmal den technisch kaputt aua aua was war das ich töte einfach einen Dahn oh ich töte einfach einen Dahn ich töte einfach einen Dahn ja Marco ne ouch schießt er dich an Marco ja ja ok wer guter Grund hey Sarah war das warum machst du das warum machst du dein überleichen weil schnell ah Dahn Lüde um Mopsi nee Kolumbus Christoph Kolumbus hat den Kopf verloren ich darf dich doch so nennen gefällt mir irgendwie besser weißt du achso ich muss identifizieren warum schießt er auf mich oh Sarah ja nicht alle aber hast gut geholfen mehr gibt keinen mehr ach Sarah oh leer oh man Dahn ich wusste dass du es bist hast du gesehen ich hab nicht mehr geschossen nee warum wusstest du es ich hab es mir irgendwie gedacht so dein movement und dann hatte ich eigentlich gehofft dass du mich wiederbelebst als trader aber das hast du nicht getan nee ich hab kein geld mehr da warst du richtig traurig naja ich hab hab mich gar nicht gewehrt ich hab dich nur einmal angeschossen und das aus Versehen ok na damit entschuldige ich dass ich nicht getroffen hab weiß ich muss meine schwester abholen vom bahnhof marco du hast ne schwester damon nein das wärs gewesen nein ich hab kein bock mehr auf euch wir sind schon recht wenig waffen das muss man ja wirklich sagen warte mal warte mal warte mal bleib mal stehen bleiben stehen muss ausprobieren oha von wo oh oh paper plane paper plane was denn wir sind paper plane ich bin immer noch inno oder was willst du ich bring's oh scheiße oh scheiße geht das nicht jetzt hier nein er ist auf dem platz achtung also ja das wollte ich aber irgendwie ich dachte ach ne nein er hat wohl die Tür zu schnell zugemacht ja gut einer muss sich opfern oh war ja wieder klar dass so ne scheiße ist ne lebt der dito noch ich kann das spiel auch oh ich hab ihn lasse es ich hab ihn doch wieso schießt du denn weiter ich hab doch den traitor gekillt ich hatte doch den traitor gekillt mob ja aber ich hab dir doch geholfen nein ich stand hier da eben und hab ihn hab ich dich getötet nein schade du warst doch traitor ja aber ich wurde übernommen und musste versuchen zu fliehen weil da war mein c4 was irgendwann explodiert wäre alter wer bist du des Wahnsinns des Wahnsinns wo muss ich dich jetzt töten die haben scheinbar kommt der Zug jetzt irgendwie doch auf die deutsche Bahn ist Verlass ja also hey hey detective hier piepst was heißt das erste 5 minuten ähm das heißt detective hier piepst das heißt alle kriegen defi oh shit oh cool detective alle kriegen Roller Mines oh yo c4 war nicht so gut oh shit hast du die gesetzt ja oh shit oh shit danke das war ich bin fast gut was soll das werden 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 oh nein hier ist auch ein shit Marco ey oh fuck Leute hier sind ja auch viele shit ja das hast du jetzt davon Au! Aua, die versullen mir den Arsch! Ey, drin ist nicht besser. Oh, scheiße. Boah! Oh! Oh, fuck. Tara! Ja? Halt nicht, da kommt noch mehr her! Ah! Hierzu! Noch weh! Oh, oh! Halt nicht, halt nicht, halt nicht, halt nicht! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, scheiße! Eieiei! Stärken haben wir die nicht, oder? Doch, aber die dauern! Oh, shit! Oh, das war knapp! Das war knapp! Fett, ich bin tot! Wo konnt das mich, hab ich! Nebensack! Und ich blebs über! Oh, Hilfe! Wir sind überall so kack, Dinger! Alter! Ich werde auch beschossen beim Feuerhaus, keine Ahnung! Kai hat gerade wen gekillt! Ja, wen, ey! Oh, war das sick! Mit wem war ich? Mit mir! Oh, war das krass, ey! Ne, ich war Traitor, auch Traitor! Achso, du warst auch Traitor, ja! Ich war Unknown! Achso, Anton! Unknown ist, wenn der, der dich tötet, dessen Rolle übernimmst du und wirst wiederbeleben! Automatisch! Aber nur einmal, oder wie? Ja! Ja! Ja!